Wir stehen hier an der VarioZell-Pallet für unsere neue Baureihe 16, 5-Axis. Das ist ein automatisches System, wo wir die Paletten der Maschine automatisch zuführen. Hier zeigen wir eine Palette 400x400. Wir können hier acht Paletten in den Speicher einbringen. Das Ganze gibt es noch in der Variante 500x500. Da können wir fünf Paletten ins System einbringen oder mit der Palettengröße 320x320, da können wir zehn Paletten einbringen. Das Ganze für ein Drahtgewicht von 300 Kilogramm. Des Weiteren kann ich die ganze Automation von der Maschine nach hinten verschieben oder nach rechts verschieben, sodass ich auch die Möglichkeit habe, die Maschine von Hand be- und entladen zu können.